... die Aktien reguliert, sondern eben durch das, was die Unternehmen machen. Ja, nicht nur. Ja, klar. Und wie der Wert der Unternehmen steigt und fällt. Aber das hängt ja, ne? Das ist doch alles miteinander verknüpft. Ja, irgendwie schon. Das ist... ... die große, unsichere Scheiße an der Sache. Bitte, wo bist du eigentlich gerade? Äh, ich bin noch im Cave. Ich wollte schon längst raus sein, aber du kennst das ja, wenn du gerade drin bist... Ja, dann findest du Sachen, dann willst du mehr. Genau. Aber mein Inventar ist gleich voll. Ich muss gleich auf jeden Fall raus. Willst du gar nix mehr? Wie, du siehst nix mehr? Äh, dann stirbst du und willst du gar nix mehr. So, ich hab jetzt irgendwie so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Polestricks. Ich glaub, das Stück über deinem Berg, das lass ich da. Hab ich keinen Bock, irgendwas abzubauen, das ist mir zu viel Arbeit jetzt. Was? Ja, beim TT. Ich hab mich doch jetzt gerade bis zum TT rumgelaufen. Ja, der baut sich da in meinen... Ich weiß noch nicht, ob du das da siehst von da unten. Ja doch, doch, doch. Ich guck mal hier hoch. Ich seh das, aber ich bin ja gerade nicht da. Nee, der Mitchell. Ja, ich mein ja, der Mitchell. Und wie soll ich das denn von hier aus sehen? Ja, hier oben auf Nerg. Ja, ich... Ach, dann bist du verhaltensig. Boah, hier ist so viel Kohle und ich nehm alles mit, weil ich meine Öfen... Ach, TT. Ah, genau, ich wollte dich nochmal fragen. Du hattest irgendwann mal ein Video gepostet hier von wegen freie Energie und so, weißt du noch? Ja, die Reise zum Nullpunkt. Wo ich dann mit der geilen... Ja, wo ich dann mit der geilen Idee kam mit den Magneten. Ja, ja. Das wollte ich mir nochmal angucken. Hast du das noch irgendwo? Ja, ich weiß. Ich kann dir das raussuchen, ja. Boah, das wäre richtig gut. Ja, Seb, guck mal. Siehst du das von da hinten? Harte. Richtig? Hattest du dir das so vorgestellt? Naja. So, hier an der Seite. Wie hinten hat man das eingehalten. Das hat jetzt auf allen Seiten gemacht, außer halt da, wo meine Brücke da ist, ne? Ja. Da haben wir noch nen Let's Talk drüber gemacht, oder nicht? Ja. Wo ich mehr Paint-Malungen... Ja. Wo du da deine Tesla-Spulen gemalt hast. Weißt du, was geil daran ist, Michel? Das sind zwei Treppen, die zu meinem Eingang führen. Und keine, die zum GT führen. Gut. Tschuldigung. Ihr seid so nett zu mir. Ich liebe euch auch. Herz aller Liebsten. Ja, wir müssen jetzt das Guteil machen jetzt. Grenzt mich doch aus, ihr Grenzer! Ey, hier ist so viel, ne? Ich will nicht mehr weitermachen, aber ich kann nicht aufhören. Und das wird schon wieder dunkel. Ernsthaft. Oh nein, ey. Also mal ganz ehrlich, weißt du, was ich hier eher gemacht hätte? Zu dem, äh, hier runter, wo er quasi zu dir geht, hätte ich, ähm, da an der Stelle mit der Treppe einen Stopp gemacht, auf der Höhe. Wo wir quasi zu dir hätten ne Brücke bauen können. Oder hätten wir das mit Pfeilern gemacht. Dann hättest du, äh, da aufmachen können. Mal so einen direkten Anstoß, oder was? Ja, ja, so gesehen halt. Dass du halt dann auf der Höhe Richtung Treppe laufen kannst und dann das Stück hoch läufst. Aber vielleicht baue ich mir dann irgendwas hin. Ja, kann ich ja noch machen. Ich kann mich ja auch noch nach unten bauen und dann nach rechts noch irgendwie ein paar Bäume und dann einfach so einen Ausgang. So direkt an der Treppe. Das ist ja nicht weit weg. Ey, warum gibt's immer nur so übertriebene Caves? Ich glaube, ich hab noch keinen Cave gehabt, der richtig scheiße war. Ja, das ist eh voll komisch, ne? Da mit dem komischen Cave da bei mir, wo da, was weiß ich, wie viele Spinnenspawner sind, das ist voll übertrieben. Ja, das hatte ich ja auch schon, so richtig übertriebene Spinnenspawner. Wollte ich da hinten noch Fackeln setzen? Hab ich da noch genug? Aber wie groß der einfach ist. Aber ich find's sau wenig Diamant. Also ich hab festgestellt, dass sich das nicht lohnt, die Diamanthacke immer wieder zu reparieren. Das lohnt sich nicht. Klar lohnt sich das doch. Ne, das lohnt sich nicht. Wenn du da drei Verzauberungen drauf hast, die alle geil sind, dann lohnt sich das. Ja, und dann verbrauchst du 21 Diamanten oder an die 20 Diamanten, um die wieder voll zu machen. Ja, aber falls du dann halt mal nicht genug Diamanten zur Seite hast, dann farmst du halt mit einer normalen Hacke weiter, weißt du? Dann gehst du echt nur auf Diamantenfarm. Ja, aber wie wenig findet man denn? Damit du halt wieder Vorrat hast, um zu reparieren. Ja, aber wie wenig findet man denn? Ja, du musst das halt, ne? Perfektionieren meinst du? Richtig danach suchen, naja. Naja, ich such schon die ganze Zeit und finde nix. Ja, du bist im Cave. Mit Stollen hast du dich gesehen. Da kannst du lange nach Diamanten suchen. Ja, wo soll ich die denn sonst finden? Höhe 12. Ja, hm. Weißt du doch, langer Gang, was los? Ja, ja, Sepp. Ja, ja, der Sepp provoziert schon wieder den langen Gang. Ja, genau. Kann ich auch machen. Kann der mal bauen? Was ist denn bauen? Was macht man da beim Bauen? Keine Ahnung. Letztes die Buckehin, die du abgebaut hast. Boah, den Berg, Alter, den baue ich jetzt nicht ab. Shit. Sepp. Sepp. Mach einfach. Mach einfach. Trau dich. Du musst deinem Herz freien Lauf lassen. Da ist schon der Dorf vorne. Ich hör schon wieder ne Spinne, Alter. Boah, wenn ich das von hier oben so seh, Alter, ich hab ja noch gar nix geschafft. Oh, Creeper haben wir auch. Ja, frag mich mal. Ich überlege dir jetzt, was ich jetzt hier mache, ob ich jetzt oben quasi noch weiter baue. So hatte ich eigentlich Lust drauf. Beziehungsweise wollte ich halt so machen. Oder ob ich jetzt hingehe und halt einfach nur Dach drauf. Oh, oh. Ich weiß auch nicht, was ich hier alles reinmachen soll. Ich hab unten schon so viel Platz. Ich hab voll den Zauber-Trick, Alter. Ich brauch gar nix mehr Buddeln. Ich brauch einfach nur Creeper. Lass halt einfach erstmal so... Mach jetzt hier ein paar Fackeln hin, damit ich nicht unbedingt was rausbauen. Ey, weißt du, was ich letztens hatte? Da hab ich Cleanstone abgebaut und auf einmal kamen da so Viecher raus. Jaja. Jaja. Was ist das denn? Die Viecher ja normal, aber ich wusste nicht, dass die im Cleanstone leben. Ja, das sind quasi so verseuchte Cleanstones dann. Wenn man so will. Also so kontaminierte. Ach du Scheiß. Kennst du die Monster AG? Ja. Die ist voll gut, ne? Creeper, komm mal, ich brauch Hilfe beim Abbau. Sepp. Hä? Lass mal... Oh. Aua, nicht schauen. Lass mal ein Together von Monster AG machen. Tief. Und ich will aber der dicke, große, blau sein. Ah. Ah! Ich bin schon teuer, Entschuldigung. Ja, ich bin schon grad schon wieder runtergefallen fast. Ich hab noch neun Stollen gefunden. Ey, ich hab... Das gibt's doch gar nicht. Ich hab gedacht, hier wär mal Ende. Äh... Das mein ich. Das ist... Och Mensch. Es entwickelt sich einfach zu ner Sucht in diesem Scheiß. Stollen zu suchen. Das gibt's gar nicht. Ja, ich glaub ich geh jetzt auch wieder in den Cave rein. Ich hab... Boah, wer hat sich... Ich hatte irgendwas vor. Da hab ich doch ein Verzauberungsding gemacht. Das war ja jetzt nix. Ich bin voll süchtig geworden. Tut mir leid. Das ist einfach mit der Stunde. Ja, die ist in sieben Minuten sechseinhalb. Na gut. So, das... Das holz freu ich ja gar nicht. Aua! So, Kohle haben wir. Das heißt, du kannst das dann nicht. Aber Kohle musst du halt generell gar nicht mitnehmen. Da findet man schon genug. Ich nehm immer Kohle mit. Ja, ich nehm mal Kohle mit. Damit ich mir jetzt nur noch Fackeln machen kann, wenn ich keine mehr hab. Aber mal ganz ehrlich, wenn man im Cave geht, findet man eh so viel Kohle. Da brauchst du gar nix mitnehmen. Ach so, ja. Das reicht. So, dann nochmal neun halben Stack Dirt mit. So, ich weiß... Ich weiß bald nicht mehr, was wir uns irgendwo hochbauen müssen. Ich weiß bald nicht mehr, was ich wegschmeißen soll aus meinem Inventar, weil schon alles voll ist. Wär natürlich auch mal ne Idee nach Hause zu gehen, aber... Nein! Ach du Scheiße. Warum... Warum sollte man, ne? Ich hab The Reason Lava-Becken gefunden. Wüsst du was sieht aus? Da haben wir genug von... The Reason. Ich hab The Reason. The Reason Lava-Becken. Eigentlich können wir. Auf Fucker. Fucker. Fucker Latsche, Mann. Boah, ich brauch entweder TNT oder ganz, ganz viele Creeper. Warum? Ja, hier ist voll viel Erde, die will ich nicht wegbuddeln. Das sollen die Creeper machen. The Map heißt Suchten. Sepp? Die Map heißt Suchten. Sag mal, wo sind denn... Hä, woher weiß der Mitchell jetzt, wie die Map heißt? Mit dem Chat. Echt? Ähm... Sag mal, hier sind's... Äh... Warps weg, finde ich nicht. Wie? Das sind Warps weg. Warp M Cave 1. 1. M Cave gibt's sowieso nicht. Neul, der wird aber nicht aufgeführt. Du bist... Ne, ich blind. GP2. A... Ach, Page 1 von 3. Ah, okay. Ähm... Du hast mir so ne fette Festung, ne? Du hast ne Festung gefunden? Wichtig hardcore. Ach, ich baue mir einen. Ja, natürlich. Ein Zombie mit nem Eisenschwert in der Hand. Weißt du, warum wir denn jetzt nicht stehen geblieben? Aber ich glaube, ich muss mal wieder Farmen gehen, weil... äh... Mein Stein geht langsam aus. Ach, Creeper. Ja! Genau, und dann kommt von oben nen Zombie, Alter. Hier ist schon wieder so viel jetzt, ne? Ich... Boah... Alter. Aber ich hab schon voll lang kein Emerald mehr gefunden. Immer Harald? Ähm, Harald. Immer Harald heißt das. Da möchte ich das tatsächlich seine Richtigkeit... Ich hab voll lang keinen Harald gefunden. Harald heißt mein Vater. Echt? Ja. Ich hab nur noch 8 Diamanten. Ich muss jetzt eigentlich Diamanten farmen. Ja, ich auch. Ich hab nur noch 10. Weil ich alles in die Hacke gesteckt hab. Hauptsache ich hab 64 Trapdoors. Das ist das Wichtigste. Ich find's gleich Level 36. Boah. Cooler Lappert, ey. Vor allem anstatt, dass ich da hingehe und das erstmal verzaubere, damit ich dann schneller wieder die Level hab, ne? Mach ich nicht. Ja, warum auch? Dann gehst du da auf Höhe 12. Oder so. Alter. Also brauch ich das hier schon mal gar nicht mehr abbauen. Aber ich find Gold findet man voll oft jetzt mittlerweile. Hab ich noch gar nicht so oft gefunden. Ich hab irgendwie schon 5 Stacks oder so. Für 11? Gut. Ich hab keine Fackeln mehr. Wo hab ich denn hier WTF? Den Cave? Ich komm mir grad auch noch mehr klar. Ich bin hier irgendwo, wo ich halt im Cave das letzte Mal war, aber irgendwie hab ich gar nicht, wo ich jetzt weiß, in welche Richtung ich jetzt laufen soll. Oh gut, hier. Na gut, da war nix. Oben geht dann noch weiter. Oh gut. Oh geil, ich hab sogar noch überall so ein bisschen Kohle übergelassen, damit ich dann noch ein bisschen EP fahren kann. Ja, ein bisschen hab ich hier geklaut, letztes Mal. Set war Bannekan. Wo du gesagt hast, lass das mal, das hab ich mir extra übergelassen, hab ich denke so die Hälfte davon abgebaut. So, ich muss jetzt erstmal zurück, Alter, es geht gar nicht mehr klar. Oh nein. Hallo? Ist voll viel Eisen. Du hattest hier irgendwo ein böser Mann on topics? Ja toll, als bin ich hier wieder im Cave, ich wollte Diamanten suchen. Oh, hier bin ich hergekommen, ne? Ja. Oh, Redstone. Kann ich direkt mal wieder ein bisschen was in den Ofen tun? Boah, Alter, wie übertrieben viel ich einfach gefunden hab, ne? Ey, das ist echt nicht mehr feierlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf der Höhe bleiben soll, weil, ne, so auf, auf Höhe 6 und so soll angeblich auch voll viel sein. Ja, ist halt nur gefährlich, da runter zu buddeln und so, da will ich echt aufpassen. Weil das kann dann sein, als du dann direkt in den Lava reinfällst. Jo. Ach, ich bin so ein guter Schucker, ey. Kennste, kennste mal hier, Fackel mitnehmen, Kevin, du blöder Packschkabacka. Ich Packo Jod. Ich bin ein Packo Jod. Ach, ein Packo Jod? Stimmt, ich wollte ja eigentlich noch mein Ender-Ei nehmen und meine, boah, ich vergesse das alles immer. Jo. Oh, Eisen. Boah. Aber mit einem Ender-Ei macht das auch echt keinen Sinn eigentlich. Boah, ja, wo lang gehen wir jetzt, ne? Hast du sowas? Ja, hab ich auch schon oft. Zweifelsfall immer nach unten. Ja. Ich bin zu tief. Machen wir jetzt einen Warp, hier einen neuen. Überschreib den aktuellen und dann den... Hey, ich brauch so viel Kohle, ne? Ich hab voll wenig Kohle bisher nur. M-A-Cave? Wieso schreibe ich immer M-A-Cave? Dann kommt... M-Matschel! M-Matschel-Cave! Der Matschel-LP! Da lava lava! Da lava... Mh... Ne, da wollen wir nicht hin. Wollen wir nicht haben, weiter buddeln. Ah, ich hätt' ja jetzt mal meinen Bogen verzaubern können, ne? Ne, gar keinen Bock. Bin ich wieder im Cave drin. Und bin Level 36. Level 10. Auf 14. Ganz sorry. Ich bin jetzt schon am Bedrock. Fuck. Wo bin ich denn? Höhe 12... Ja, ich bin jetzt auf Höhe 12, Zapp. Hier sind keine Diamanten. Boah, ja, du musst auch mal suchen. Ja, ach, echt, 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 echt. Ich hab gedacht, ich kann jetzt ganze Felder die Diamanten abbauen. Ja, sach an, sach an. Ne, glaub ich dir nicht. Du hast doch in Höhe gelandet. Ja, ach, was, Alter. Ein bisschen Spaß muss sein. Da kommt Rest von ganz allein. Ja, ich bin jetzt auf Höhe 11 und hab so'n Gang, der zwei breit, drei hoch ist. Die Stunde ist um. Gut, ja, dann machen wir hier mal einen kurzen Cut. Ich kann keinen Cut machen. Soll ich dafür zugucken und doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.